Die achtjährige Leria wollte eine Geburtstagsparty feiern, doch alle eingeladenen Schulfreunde sagten ab. Sie war bitter enttäuscht und traurig. Doch ihre Mutter hatte eine Idee. Sie schrieb der örtlichen Polizeistation, ob die ihr eine Geburtstagskarte unterschreiben können. Doch die Polizei unterschrieb nicht nur die Karte, sondern rückte mit vielen Beamten am Haus von Larias Oma an. Dort feierten sie mit der achtjährigen ihren Geburtstag und die war richtig glücklich. Oha! Diese 16-jährige Schülerin starb auf der Klassenfahrt, weil sie einen Tampon benutzte. Die ganze Story findest du im Link in der Infobox. Für mehr Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de Und für mehr spannende News werde Fan von unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Wie das geht, erfährst du ebenfalls in der Infobox.